Seit der Pandemie spätestens ist zu bemerken, dass Jugendarbeit mit Medien normal geworden ist. Das heißt, viele sind auf dem Weg, Jugendarbeiterinnen probieren viel aus, Einrichtungen entwickeln sich und auch Verbände überlegen sich Begleitangebote. Sehr schade finde ich, dass so eine Dynamik von außen entsteht. Das heißt, insbesondere, dass Politik versucht, Einfluss zu nehmen und Druck aufzubauen und dass dadurch vorschnell Entscheidungen getroffen werden, gerade die es möglich machen, dass gerade grundlegende Fehler passieren. Im Moment sind viele auf dem Weg und es gibt viele verschiedene Ansätze, aber vieles ist eigentlich überhaupt noch nicht geklärt und viel Wissen ist überhaupt noch nicht dokumentiert. Und da wäre es ganz gut, im Moment einen Gang zurückzuschalten und sich bedacht auf den Weg zu machen und Jugendarbeit Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Und dann wäre es ganz gut, dass wir uns wieder zu entwickeln. Und dann wäre es ganz gut, dass wir uns wieder zu entwickeln.